Ein Piatanter, oder ist das sehr zypichendo? Ein schönes Schiff, ein Boot, ich weiß ja kein Schiff, ich wollte gerade belehrt, das ist ein Boot. So, Christian hat schon wieder was gefunden, und zwar einen alten BMW, ein BMW Cabrio. Servus Leute, Moi, wir sind, eigentlich ist das total krass, dass wir das eigentlich jedes Mal wieder machen können mit dem Anfang, oder? Na gut, wir sind aber in großen Gelände, ich hatte schon mal, ich habe da Fotos gemacht, das haben wir durch einen guten Freund bekommen, in den Ort, unser guter Freund Anthony, der leider nicht dabei ist, aber hier sind tausende Garagen, und hinten ist noch ein Komplex, da gehen wir nachher hin, gucken uns das alles mal an, und ihr seid dabei, hast auch irgendwas zu sagen noch? Du? Wir sind mal gespannt, wie es hier aussieht, was es mal war, vermuten wir mal, es war ein altes Bahngelände, oder so? Vielleicht kriegen wir doch was im Video raus, okay? Schauen wir mal, bis gleich. Also, wie ich das schon erwähnt habe, hier sind mega, mega viele Garagen, und alle offen, beziehungsweise alles schon aufgebrochen. Wir sind zwar noch ein paar zu, die Schwestern sehen teilweise neu aus, und teilweise auch wieder nicht. Das ist es ja eben. Aber wie ihr seht, hier ist echt nur viel Müll drunter. Was da drunter ist, weiß keiner, vielleicht ist ja auch noch ein Schatz drunter, aber da guckt man nicht hin. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass wir hier noch ein Auto sehen. Also dranbleiben auf jeden Fall. Das kommt dann auch gleich. Es lohnt nicht, alles schon zerstört. Besichtigung unter 0,1. Ich lache mich tot. Ernsthaft. Alles auseinandergerobt. Kannister? Kannister und Farben. Ja, ich kann es nicht verstehen, wenn das so Garage sind. Ich bin selber Besitzer einer Garage. Warum kann man denn nur, warum sollte man hierher gehen, oder wann macht man das denn da auf? Ich kann das nicht verstehen. Das ist einfach nur ganz schön dumm. So, Christian hat schon wieder was gefunden, und zwar einen alten BMW, ein BMW Cabrio. Guckt euch das an. Die sind teuer. Die sind teuer, ja, das stimmt. Das ist ein richtiges Cabrio, also nicht mal so gefeuchtet. Hier liegt da noch dein Motor? Da liegen zwei Motors und hinten liegt auch noch ein Motor. Da. Das ist einfach zu hier. Die sind so richtig zu geschweißt. Hier vorne sind sogar welche, die sind zu gemauert. Hier auch alles absurdiert, das Kupfer rausgeholt, weggebracht. Wo rennt er denn schon wieder rum? Da ist auch noch einer. Da ist mal was für die weiblichen Zuschauer von Adventure Blazes. Ein peterer Panther. Ist ja witzig. Ja, wir laufen mal hin. Ein peterer Panther. Kannst du oder ist das sehr typisch hin, du? Nee, ist ein Panther. Ist ein Panther, gell? Natürlich alles rausgeklaut. Hier ist kein Radio, gar nichts mehr drinne. Und alles zerkloppt, kaputt gemacht. Aber das ist halt traurig. Irgendeiner hat es ja noch gehört. Aber es muss auch mal kaputt gemacht werden. Ein Panda 1000 Fire. Pink. Nee, schlecht. So, in den nächsten Hallen. Hier haben wir uns ganz tolles. Können wir. Ein schönes Schiff. Boot. Ist ja kein Schiff. Ich mache nicht, was belehrt ist. Das ist ein Boot. Eigentlich ist es ja nur eine Schüssel. Ist da irgendwas drinne? Nee, es ist nur, oh, also, da muss noch alles gemacht werden, ne? Da kommt der Motor über rein hier und irgendwie muss man ja lenken, ne? Das lenkt man ja hier hinten, das Ding, gell? Mhm. So war das. Aber so vom Grund her, gell? Ist das noch okay, oder? Nee, das ist ja noch nie so klar. Das ist ja noch nie so klar. Das ist ja eine normale Produktion. Leicht aufbereitet. Aber cool. Fest. So, im Gebäude. Machen wir erst mal in den Keller, oder was? Machen wir. Gut, gehen wir erst mal in den Keller. Ach so, der Keller ist ja ein bisschen genauer. Das ist ein schönes Beispiel, gell? Der ist ein bisschen näher. Hier musst du aufpassen. Was sind denn? Was benutzt man hier? Was benutzt man hier? Keine Ahnung. Da können wir das machen. Weiß ich nicht. Die sind aber beiseiteig offen. Mhm. Die kommen wir schon, das ist keine Ahnung. Hier hab ich mir gestern über die Birne gerammelt. Weil hier, wenn ich nicht damit rechne, dass es hier auf einmal hoch geht. Dreck. Ich hab's gleich geschafft. Soll ich die schieben? Nein. Mach's mich nicht schieben. So. Oben. Aber hier ist noch die Tür. Die hat sich gerade bewegt. Die hat sich gerade bewegt. Dachboden. Warte mal. Toleranz fällt. Toleranz. Erzeugnis. Ich geh nur die Kamera hoch. Also wie gesagt, da gibt's noch einen Dachboden. Mit übelsten Dokumenten. Ganz viel. Aber wir wollen ja nicht hoch weiter vorne. Da ist es schon eingefallen. Hier vorne ist es eingefallen. Das heißt, ich geh wieder runter. Und das mit euch. Ihr müsst hier nicht mitfallen. Ja. Also, es hat auf jeden Fall was mit den beiden zu tun, gell? Ja. Das sind noch Leiberplatten. Ja. Was haben wir denn hier noch? Der Tisch mit Stühlen. Und hier scheint es auch schon gebrennt zu haben. So dunkel, wie es hier ist. Das ist größer, als man denkt, gell? Gell? Ja, das habe ich kontrolliert. Ja. Bisschen wie im Urlaub, gell? Ja, man sieht auch hier, wo ist es leider? Hier haben Leute auch gehaust. Man sieht doch auch im Keller. Da liegt eine Matratze. Was ich Christian noch nicht gesagt habe, der weiß es noch nicht. Aber das wird er dann schon sehen. Was? Was denn? Dass im Keller unten eine Matratze liegt und so Zeug. Schuhe und... Keller? Deswegen, du hast Käschen zu haben. Dann habe ich doch den zweiten Keller gesehen. Ich hab's doch schon geengt. Das war autorisiert, sowas zu benutzen. Ja, da geht's dann quasi hier rum. Ja, genau. So, links über rechts, was dazu? Ja, ja. Das fand ich ja mega hier, dieses Bild hier. Das habe ich gestern auch fotografiert. Was das auch immer so bedeuten hat, ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du es bei einem der Zuschauer erklären. Es sieht erschreckend aus. Hä? Also das hast du gestern auch in dem Video gesehen, ja? Weil... Das Bildervideo dazu ist schon online, weil es nicht da mal Bock hat. Könnt ihr gerne auf Adventure Places auf YouTube gucken. Ihr seid ja eh schon auf dem Kanal, wenn ihr das Video seht. Man bin ich wohl. Manchmal. Ja. Aber hier mit der Werkstatt ist es cool. Dann geh doch mal rein. Das war immer so die kleine Werkstatt, ne? Ja. Ja. Verbindungsorgane. Bedienungsanleitung für die Unigasal-Schraubmaschine. So. So. Wir haben es ja immer wieder, wie ich es gesagt habe. Hier liegen auch Gewürze rum, hier liegen Klamotten rum. Getränke, also beziehungsweise Sandflächen und ne Mal Glatze. Und hier können wir mal ein bisschen herausfinden, was es mal war. Sommerpumpe, Rücklastung, Winterpumpe. Kessel 2, Kessel 1. Also sollte schon sowas gewesen sein, ja. Inhalt, Temperatur. Baujahr 1982. Das gute Stück. Die alte Dame. Das sieht aus wie Kohle. Hier ist auch eine Kohlenklappe. Da wurde aufgemacht, da wurde die Kohle hier reingebast. Ja, das ist eine große Kohlenklappe. Ja, das ist eine große Kohlenklappe. Ja, was komisch ist, ist ja halt Ende in die Gäste so gesagt, dass das hier so wie so ein Gulli-Deckel dick ist. Man selbst, weil wir hier auch immer gebrochen haben, aber hier tust du ja am Ende reinpegeln. Wir können ja mal gucken, ob wir hier ein Prüfzeichen sehen. Ja, das Prüfzeichen ist von 1999. 99? 99. Was ist das? Da ist er. Wo ist jetzt noch eine Bezählstum-Verlage drin? Ja, noch. Stellenmarkt. Unternehmendes Deutsche Bahnkonzern. Na ja, gut. Okay, da wissen wir ja jetzt auf jeden Fall. Das war ein Verheilungsgebäude von der Deutschen Bahn. Ich bin gerade wieder voll aus der Brust. Dieses Zimmer ist kein Zimmer mehr. Ist ja eigentlich nur noch Steine. Und man sieht auch gleich, was gekugelt hat. Da, wo Christian steht, ist es schon. Das gucken wir uns auch gleich an. Und das, was ich euch zeigen wollte, ist auf jeden Fall das hier. Warum hat es gekugelt? Weil, so blöd man eine Matratze abnehmen muss. So. Es ist unverständlich. Verstehe ich nicht. Tu? Nee. Jeremy Pascal. Jeremy Pascal. Oder ein Kettles. Das sind bestimmt alles Kettles. Ist das ein Gewicht hier? Nee. Was anderes. Aber hier noch. Alter Schwank, alter Köln-Lappstuhl und alter Mülleimer. Und viel, viel, viel Müll. Aber trotzdem. Eine sehr, sehr interessante Location, finde ich. Ich finde es ganz cool hier. Ist geil. Es geht hier auch noch eins hoch, glaube ich. Ja, wo denn? Oder? Da sind wir durch. Ja, schau doch hin. Das war das alte Bahngelände. Laut Aussagen der Unterlagen, die wir gefunden haben. War eine Menge Unterlagen. Ja, war ganz cool. Hat leider schon gewandt. Aber. Für uns ein richtiges Lost Place. Ja. Also jetzt nicht unbedingt eingerichtet und unter Kaffee dampft. Sondern einfach nur ein verfallenes, verlassenes Gebäude. Wo es immer noch was zu erzählen gibt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Video. Wir hoffen euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert uns gerne. Wir wollen nicht immer betteln. Eigentlich ist es auch doof. Macht es oder macht es nicht. Wie ihr wollt. Wenn euch das gefallen hat, was wir gemacht haben, dann seid mit dabei beim nächsten Mal. Auf morgen. Bis wiedersehen. Tschau. Bis zum nächsten Mal.